So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, aber den Shop mal schleich erst, weil wir haben jetzt erst den Ladebild schon bekommen, den wir eigentlich hätten schon gestern bekommen sollen. Ich rüste den noch direkt mal aus, beziehungsweise fordere den mal ein, dann gucken wir uns den mal genauer an, was es da diese Woche zu sehen gibt. Nämlich, das soll ja so ein bisschen immer die Leaks sein für die nächsten Dinge, die so passieren. Vollbild. Das hier sieht doch schon schwer nach Naruto aus, oder? Ne, das ist eher so ein Rocker. Das ist der Skin. Das ist schon auf jeden Fall Kuschelbeauftragter, aber als Roboter. Aber er wird verfolgt, wenn ich das richtig sehe. Das ist die Pickaxe selber. Das hier oben ist irgendwie ein Raumschiff. Hä, was soll das sein? Irgendein Raumschiff, was so kreismäßig ist. Hier oben rechts ist der Mond. Also wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie Ideen habt, was es sein könnte, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein. Und denkt dran, jeder bekommt diesen Ladebildschirm, der halt sich das Groove-Paket geholt hat. Denn jede Woche kriegen wir quasi jetzt immer so... Und anscheinend ist es wirklich, jede Woche kriegen wir einen Ladebildschirm. Ich dachte ja erst, eventuell kriegen wir auch mal was anderes. Aber es scheint so, als würden wir wirklich immer nur einen Ladebildschirm bekommen. So, das sollte nur die kleine Info sein. Mal gucken, was ihr so für Ideen habt, für was das alles stehen soll. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis gleich. Vielen Dank.